Wie heißt du? Scheiß, Georgios. Was für eine Herkunft bist du? Ähm, ich bin Deutscher. Ich komme aus Griechenland. Okay. Die hat gar keinen Bock, kann das sein? Tool waren ganz okay, aber nicht meins. Schau mich mal kurz an. Unglaublich. Okay, gut. Ich habe halt so ein Faible für grüne Augen. Nein, nein, ich habe keine Augen. Das ist das Wichtigste, das andere ist Hintergrund.